wunderschön guten morgen liebe freunde der sonne herzlich willkommen zu einem weiteren let's play fifa 18 ultimate team mit paxis wir können wieder laut machen wir können wieder normal reden und spielen jetzt ich werde diesmal gar nicht groß was dazu sagen neue taktik wie wir spielen wollen oder so sondern die spiele einfach und wir gucken was dabei rauskommt ganz einfach zwei spiele ich weiß gar nicht wer es rein ist ich glaube die brasilianer ich wollte nicht in die tagesabgaben rein sind noch nicht mehr so viele spiele acht stück noch haben zu erst acht sieger aber ich hoffe dass wir jetzt trotzdem noch drei sieger aus den letzten acht spielen ziehen das war ich die richtige mannschaft ist die falsche dass wir jetzt noch drei sieger aus den letzten acht spielen ziehen und dann dementsprechend zumindestens gold 3 werden das würde mir erst mal reichen wie immer halt gold 3 minimal ziel mal gucken was wir von gegner haben ja ein was sage ich aber ich möchte versuchen mir wieder die grätschen abzugewöhnen weil die haben so viel böses so viel böses gemacht also nicht generell sondern ich will so grätschen wie früher halt wirklich super selten und wo das risiko halt oder in situation halt wirklich nur grätschen wo das risiko dass man irgendwie eine dumme rote karte bekommt oder halt generell foult sehr sehr gering ist ich glaube das habe ich früher eigentlich ganz gut gemacht dann habe ich mir halt leider angewöhnt mehr zu grätschen was der dumm aber es sind ja 90er ztm ist das für eine frisur wenn ich das city wenn ich den namen lese werde ich sagen ach ja genau stimmt aber sagt mir gerade gar nichts aber das denn egal wir konzentrieren uns trotzdem aufs spiel und wie gesagt das einzige was ich dazu sage ist weniger grätschen das ist erst mal mein ziel das war nicht das war ich nicht dass ich habe nicht gegrätscht das hat das spiel alleine gemacht bevor es direkt heißt hat er schon am anfang seine vorsätze wieder kaputt gemacht da war der schuss halt schon eingegeben bevor ich so halb gefault wurde deswegen halt also komisch schön den weg gestellt mit casemiro direkt gedoppelt eigentlich schöner lauf pass also gelüfter war mir eigentlich auch schon dran schade wieder casemiro ich bin zu schuss gekommen aber leider direkt geblockt die idee vom gegner passen wir zu weit ich weiß nicht ob wir besser spielen können der laufweg war einfach nicht so gut schade schöner schuss habe ich fast schon reingehen sehen boah das ist schon ein geiler schuss schade ich denke ein stück weiter links und der ist drin der geht viel zu nah an mich ran warum weiß ich nicht schade ich Haben wir gut gemacht, Neymau, was macht denn Neymau auf der Seite? Schade, dass das jetzt geblockt wird. Komm, Casemiro! Das war kein Pass, der hat den Ball irgendwie rausgespitzelt. Schöner Pass auf Willian. Geht nur leider schneller. Jetzt! Na also! Boom! Schönes Tor in Firminio. Gut gedribbelt vorher. Oh, getunnelt! Ach, Glück gehabt! Puh! Schaffte ich schon, es gibt wieder direkt den Ausgleich, das wäre eklig gewesen. 0x geschossen der Gegner, aber wenn ich nicht 3-0 führe in der ersten Hälfte, nachdem der Gegner 0x geschossen hat, muss ich sagen, macht mir das mittlerweile ein bisschen Angst, weil die letzten Male, jedes Mal wenn der Gegner 0x geschossen hat, also ich glaube die letzten 2-3 Mal hat er immer gewonnen am Ende. Und da war ich dann meistens auch in Führung. Ne, ich still das eine Mal war es 0-0, aber meistens war es in Führung. 1-0 aber halt immer nur. Dann haben wir jetzt gut verteidigt... ich wollte so nicht klären ob es okay ich konnte nichts machen ich konnte einfach nichts machen was soll ich machen war halt ärgerlich dass wir da leider das eine mal dem also dass wir vorher den bei halt geklärt haben dadurch direkt wieder einwurf gab aber dann ging halt so schnell die spieler machen von alleine nichts hier der steht zu weit weg der spieler ist frei also der jetzt gerade die vorlage quasi gespielt hat steht halt komplett frei kann ich nichts machen es ist halt einfach stellung wie meiner spieler wie soll ich das verteilen mal einfach vom gegner gut gepasst und bums ist halt leider manchmal so fifa 18 halt mit unterwegs auch interessant verdammt idee war gut aber winkel war auch sehr schwer ich war wieder komplett dran es wird halt wieder genau so passieren der gegner wird wieder gewinnen nachdem er in der ersten hälfte null schüsse abgegeben hat zwei schüsse und der zweiten 2 1 was soll ich machen ich war wieder komplett dran die ganze zeit sinnlos einfach nur sinnlos so 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 Also, boom! Vielleicht frieren wir ja doch nicht. Mal gucken. Krass, wie Neymar hier noch die Flanke bringt. Und dann geht's. Also, dann geht's. Schuss, wie Neymar hier noch die Flanke, dann geht's. Und dann geht's. Sohle, das war auch gut rausgespielt, wie ich fand er, Doppelpack Famignon, auch ein schöner Jubel passt, nach seinem Doppelpack, ruhig geblieben, Spiel nochmal gedreht, ich hoffe, das war jetzt nicht nochmal, irgendwie in Rückstand geraten oder den Ausgleich fressen, ich gehe mal auf sehr defensiv, vielleicht bringt es ja was. Weiß ich nicht, wo das ein Foul war. Oh Mann, Radecki, was machst du denn? Warum kommt denn da so dumm raus, wenn er dann so beschissen stehen bleibt? Oh, das hat es richtig gebracht, das ist ja defensiv. Scheißlacker, ey, zum Kotzen. Was für ein Kackspiel. Achso, ach, scheiße, der andere Wechselspieler fehlt, weil er, glaube ich, verletzt war. Aber da müsste er nicht mehr verletzt sein, wir müssen ihn wieder auf die Bank setzen. Ja, wir werden das Spiel doch verlieren. Meiner Meinung nach auch nicht verdient, wie gesagt, geht natürlich eigentlich umsonst nullmal in der ersten Hälfte. Und wie er sich halt wieder durchsetzt und meine Spieler wieder nichts machen kann, ich wieder nichts machen kann, das ist so geil. Ja, wir verlieren das Spiel. Ich habe es ja gesagt, nullmal schießen in der ersten Hälfte und das Ding ist durch. Das ist natürlich. Okay. Vielen Dank. So ein scheiß Lacker ey, was ist denn jetzt los? Glückwunsch! Ich habe keinen Bock mehr, direkt nach dem ersten Spiel. Wir haben so gut gespielt, wir werden einfach nicht belohnen. Das ist so scheiße bei FIFA 18, das ist einfach nur scheiße. Sinnlos, komplett sinnlos ey. Aber egal, nicht dumm reingrätschen, damit ich es mir wieder abgewöhne. Oh ey, das ist so krass, ne? 6-3, er führt mit 3 Toren. Müssen wir eigentlich sagen, okay, das kann nicht sein, das ist unverdient. Das ist einfach krass unverdient. Wir hätten auch wieder in der ersten Hälfte locker 3 Tore machen können. Das hat halt nicht funktioniert, der Gegner schießt 0 mal und trotzdem schießt er halt 6 Toren in der zweiten Hälfte dafür. Das gibt es einfach nicht, ich verstehe das auch nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, guck mal, noch ein siebtes. Die Grätsche war nicht von mir, hat dasselbe gemacht, der Spieler. Och, ist das frustrierend ey, ist das frustrierend. Jetzt habe ich es doch wieder gemacht. Egal, auf zur Bundesliga. Drei Tore geschossen, zweimal geführt. Unglaublich, das ist einfach, das gibt es nicht. Jetzt erstmal wieder den Auswechsel auf die Bank setzen. So, das wird halt, in FIFA 17 wäre das nie passiert, sowas. So scheiße ey. Das kotzt mich echt an. Macht halt auch einfach keinen Spaß mehr. Ich denke, ich werde die nächste Weekend League noch spielen und das war es dann. Also einfach nur um den Monat abzuschließen und das war es dann wahrscheinlich für mich für den FIFA 18. Keine Ahnung, ob ich mir dann FIFA 19 holt. Ich meine, bis dann ist es noch lange hin, dann wäre ich wahrscheinlich wieder geil drauf und dann werde ich schon wieder spielen. Aber ich denke, wie gesagt, nächstes Weekend League noch und dann ist das Ding für mich hier durch. Ich habe einfach keine Lust mehr. Es macht mir einfach viel weniger Spaß mittlerweile. Ich habe auch einfach nicht mehr die Zeit so am Wochenende. Und wenn man dann einfach, es ist auch viel anstrengender, man muss dann einfach viel fokussierter sein. Und selbst wenn man total fokussiert ist, man hat es ja, ich denke, man hat es in dem Spiel wieder perfekt gesehen. Es hat einfach so oft Aspekte drin, dieses Spiel, die man einfach nicht erklären kann. Wo man sich fragt, was die Scheiße soll. Das macht einfach keinen Spaß. Es ist so oft, dass nicht der Bessere gewinnt. Und ja, es ist nur so, wenn es sehr knapp ist. Wenn man deutlich besser ist, gewinnt auch meistens derjenige. Aber es gibt halt einfach viele knappe Spiele, was ja auch damit zusammenhängt, dass man ähnlich starke Gegner bekommt. Aber es macht einfach keinen Spaß, wenn man ständig der bessere Spieler ist und dann trotzdem verliert. Also, nullmal geschossen in der ersten Hälfte, der schießt in der zweiten sechs Tore. Die ersten zwei Schüsse direkt Tore. Der wird auch gar nicht insgesamt so oft geschossen haben. Ich habe gar nicht darauf geguckt, aber naja, konzentrieren wir uns jetzt auf dieses Spiel. Es bringt ja auch nichts, sich dazu noch Gedanken zu machen. Es ist vorbei. Ich glaube mal, wir gewinnen jetzt das. Ich bin echt gespannt. Also, wenn ich das nächste Mal wieder der Gegner nullmal schießt in der ersten Hälfte. Ich bin echt gespannt, ob ich dann wieder Verlierer in der zweiten. Das gibt es einfach nicht. Das ist so oft einfach. Das ist unglaublich. Vielleicht sollte ich in Zukunft auch versuchen, nullmal zu schießen in der ersten Hälfte. Vielleicht gibt es ja wirklich dieses... Also, ich glaube nicht, dass es das gibt, aber es würde Sinn machen, dass es dieses... Momentum gibt. Und wenn der Gegner quasi in der ersten Hälfte nullmal schießt, dass dann die Engine halt denkt, okay, der Gegner ist so schlecht, den müssen wir jetzt irgendwie boosten. Das würde ja dann... Also, das würde das zumindest erklären, aber... Ich glaube einfach nicht dran, dass es gibt. Solange wie nicht EA sagt, okay, es gibt es, glaube ich einfach nicht dran. Schalten zu hoch. War aber auch ein schwieriger Kopfball. War aber auch kein Foul. Also, das war ja wirklich mal die schlechteste Ecken... Variante, die ich bis jetzt in FIFA 18 gesehen habe. Er holt einen Spieler, flankt dann trotzdem, was halt wieder irgendwie fast klar war, aber dann direkt so aus. Dahin wollte ich nicht flanken. Äh, kippen. Das ist doch dumm für mich, leider. Oh, da hätte ich sogar noch mal auf... Äh, äh, noch ein paar Schritte gehen können, aber ich hätte auch auf Arangis passen können. Aber das Ding hätte auch einfach mal Werner reinmachen können. Äh... Äh, öh, öh! Äh, äh! Äh! Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Vielen Dank. Schade. Schön gemacht mit Ginter. 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 Schade. Schön gemacht mit Ginter. Schön gemacht mit Ginter. Schön gemacht mit Ginter. Schade. 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 Was? Wir waren zuletzt dran? Wie die das denn? Das ist ja denke ich auch pissig der Gegner. Da wollte ich nicht hinpassen, ich wollte nach vorne auf Werner passen. Wo liegt denn Bailey noch rum? Ich habe mal ausnahmsweise nicht auf den Radar geguckt, man wird direkt bestraft, weil er noch stundenlang im Abstand rum eiert. Hat auch kein wirklich gutes Timing bisher der Gegner. Ich hoffe, dass sich das nicht erinnern wird. Hätte ich wahrscheinlich doch das lange Eck wählen sollen. Ich habe aufs kurze gezielt. War ein Fehler. Ich hätte aufs lange Eck gezielen müssen. Aber das Problem war halt, das lange war halt geblockter. Also da waren halt einfach mehr Leute. Boah, zum Glück. Das wäre es ja wieder gewesen, wenn er jetzt hier einen Ausgleich schießt. Ich fall nicht drauf rein, aber gegen diesen Lukaku kann man sich einfach nicht durchsetzen mit dem Kopf. Egal, ob man da jemanden hinstellt. Ich glaube trotzdem so oft, dass er zum Kopfball kommt. Ich glaube trotzdem so oft, dass er sich nicht auf dem Kopfball kommt. Oh oh Das war leider der einzig bisher gut gespielte Angriff von ihm Er macht das Ding Nicht verdient, aber der Angriff war gut Tja, wir hätten halt mal ein zweites nachlegen sollen, ich weiß gar nicht, wenn wir das letzte Mal zu Null gespielt haben, also jetzt mal Abbrüche vielleicht ausgenommen, wo die Gegner dann irgendwie merkt, dass die abgebrochen haben Pfff Das war toll gespielt Muss in der Ecke sein Schade 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 Ah. Fick dich einfach. So beschissen unverdient. Das gibt's doch nicht, Mann. Was soll ich denn noch machen? Was soll ich denn noch machen, verdammt nochmal? Ich raste aus. Ich weiß einfach nicht, was ich dir noch machen soll in diesem Scheißspiel. Schon wieder verlieren wir komplett unverdient. Und jetzt ist es sogar noch schlimmer als im ersten Spiel. Fick dich. Fick dich einfach. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. Wie gesagt, spätestens nächstes Weekend League ist das letzte für mich. Macht einfach keinen Spaß mehr. Das ist einfach zum Kotzen. Viermal geschossener Gegner. Das ist einfach nur zum Kotzen, wie man ständig als besserer Spieler verliert. Nur weil der Gegner irgendwelche Scheiße sich zusammenlackt. Bis zum nächsten Mal.